Also auf der Karte vorhin, der war ja unglaublich weit weg vom Land. Mal sehen, ob der Inhalt der Diskette ein wenig Licht ins Dunkel bringen kann. Achso, ich wollte eigentlich nur testen, ob wir den jetzt wieder ankriegen, aber das hat er jetzt irgendwie schon automatisch gemacht. Krankenakte Mrs. Michaels? Fast so. Miss Rebecca Michaels. Verbrennungen, Zweiten und Drittenklades an Händen, Armen, Beinen, Rückenfraktur, angebrochene Halswirbel. Blablabla. Aufgrund einer Sturzverletzung. Dieser Eintrag ist von 1973. Kurz nach dem Autounfall. Oder besser, dem angeblichen Autounfall? Was will Reginald Boris mit der Krankenakte meiner Mutter? Kennt er sie aus ihrer Zeit erinnern? Ich werde mich später darum kümmern. Erst einmal geht es um Angelina. Angelina, Angelina. Hey, Fullers Lagen. Da steht jemand im Schatten. Es ist Mr. Byber. Er muss etwas über die Erpressung erfahren haben und ist ausgerastet. Und da ist Angelina. Sie geht in den Namen. Das ist der Beweis. Fuller war schon tot, als Angelina am Laden angekommen ist. Boris hat beobachtet, wie Mr. Byber Fuller ermordete. Dann muss er erst Angelina und anschließend die Polizei gerufen haben. Aber wozu das Ganze? Warum hat er sie verhaften lassen? War sie ihm im Weg auf der Suche nach meiner Mutter? Dann mir? Guten Abend, Mr. Michaels. Sie! Sie! Bleiben Sie weg von mir! Das ist auf einem so kleinen Schiff schwer möglich. Meinen Sie nicht auch? Was freuen Sie von mir? Das ist alles recht kompliziert, glauben Sie mir. Aber wir werden genug Zeit haben, das alles zu klären. Wir beide werden eine kleine Reise machen. Das glaube ich kaum. Ich habe mich voller Schrocken. Scheiße! Ähm, können wir nicht darüber reden? Nein. Gut, das scheint der falsche Weg gewesen zu sein. Äh, oh! Äh, aber das finde ich aber gut, dass er automatisch gespeichert hat. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ja, äh, dann, ähm, äh, 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 ähm. Äh. Ja, danke, dass ich so lange entscheiden durfte, was ich tue. Nochmal. Angreifen. Okay. Ähm. 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 Es war wirklich mutig von dir, dich auf den Kerl anzulegen. Nein. Eigentlich hatte ich keine andere Wahl. Wenn du das sagst. Ähm. Hauptsache, die Diskette war noch in Ordnung. Du hast mich damit gerettet. Ja. Nur schade, dass sie Boris nicht erwischt hat. Moment mal. Er wird schon wieder auftauchen. Ich hätte schneller zurückkommen müssen, aber mehr gab das Boot nicht her. Wir wissen immer noch nicht, was er eigentlich von uns wollte. Was? Und wenn du jetzt alleine zurück nach England führst. Wer soll dann auf dich aufpassen? Oh. Es ist lieb, dass du dir Sorgen machst. Aber ich muss zurück. Und Boris scheint eher hinter dir und deiner Mutter her gewesen zu sein, oder? Mir wird schon nichts passieren. Woher weiß ich von der Diskette? Woher weiß ich von der Diskette? Woher weiß ich von der Diskette? Oder ich könnte mitkommen. Das hatten wir doch schon. Du musst hier bei deiner Mutter bleiben, bis es ihr besser geht. Und in ein paar Wochen kannst du mich besuchen. Bis dahin weiß ich dann noch mehr über dieses geheimnisvolle Willow Creek. Was? Wie meinst du das? Ich werde Nachforschungen anstellen. Über Willow Creek, über Reginald Boris. Über die Zeit, als deine Mutter auf diesem Schloss war. Das wirst du nicht. Bleib bloß weg da. Aber ich bin noch Historikerin. Es ist mein Leben in der Vergangenheit zu wühlen. Mach dir keine Sorgen, Darren. Ich werde dich vermissen. Und außerdem weiß ich ja, wer mich retten könnte. Hust. Hust. Woher wusste sie denn jetzt von der Diskette? Also irgendwie ist sie mir nicht ganz koscher, auch wenn sie jetzt irgendwie die Gute zu sein scheint. Trotzdem finde ich sie nicht ganz so koscher. Huch. Darren? Mhm. Es kam gerade ein Anruf aus dem Krankenhaus. Du sollst sofort rüber gehen. Meine Mom! Naja, wer sonst? Wie viele Leute kennst du denn, die im Krankenhaus liegen? Äh. Wie? Hier. Ausgangstür. Ich wollte gerade sagen, wie komme ich hier raus, wenn ich unten immer das Menü öffne? Gut, dann sollten wir uns lieber beeilen. Wer weiß, was mit unserer Mutter, äh, passiert ist. Wetter scheint sich ja beruhigt zu haben. Ist ja auch schon ein paar Tage her. Oh, jetzt sagt bloß nicht, dass der Reginald irgendwas getan hat. Wenn er jetzt irgendwas mit meiner Mutter gemacht hat, äh, also mit unserer Mutter hier in dem Falle, äh, dann gibt's aber heftig was. Michaels, äh, äh, der Arzt möchte Sie sprechen. Ist irgendwas passiert? Gehen Sie doch bitte einfach durch. Das machen wir direkt. Jetzt scheint's ja, ach so, äh, Rambo steht anscheinend immer noch da drin, in dem Raum. Was? Darren, ich... Wo ist meine Mom? Deine Mom ist... Das Herz deiner Mom hat heute Morgen versagt. Was? Was? Nein, das... Es tut mir wirklich sehr leid. Mom... Nein... Nein... Okay. Hier ist Rebecca Michaels. Ich bin zurzeit leider nicht zu Hause. Hinterlassen Sie mir doch eine Nachricht, dann werde ich zurückrufen. Darren? Darren? Oh nein. Oh nein. Hier ist der, Darren. Reginald Boris ist hier. Ich bin nach Willow Creek gefahren. Ich konnte nicht widerstehen. Verzah mir bitte. Ich habe einiges über diesen Hotel herausgefunden. Hier scheint es so etwas wie eine Verschwörung zu geben. Und ich glaube Reginald Boris gehört dazu. Ich habe ihn heute gesehen. Und jetzt... Nein, nein, geht's nicht. Da! Darren, hilf mir! hallo hallo angelina würde die story langsam abgefuckt man ganz ehrlich jetzt auch nicht schlecht und damit sind wir in kapitel 3 angelangt von black mirror 2 das ist es also das einzige hotel in diesem gott verlassenen ort in london musste ich in den zug umsteigen und dann noch einmal 45 minuten am taxi sitzen ich bin hier mitten im nirgendwo das dorf willow creek liegt ein stück die straße runter aber ich sollte mich erst einmal hier umsehen angelina muss in diesem hotel eingecheckt haben okay ich finde ganz witzig dass die stimme vom taxifahrer anscheinend dieselbe von eddie war das her war ich jetzt gerade ein bisschen verwundert die freuteste mindestens 100 jahre alt sein er ist schon das gesamte gebäude hochgeklettert war ansichtssache war da hängen drei flaggen england großbritannien und die europäische union letztere wurde bestimmt nur wegen der touristen aufgehängt sicher hinter den meter hohen fenstern liegt die lobby des hotels ganz schön gewaltig für so ein kleines land ja das stimmt allerdings ist mir auch aufgefallen gut die worte gordons perles wurden einfach auf die markise gedruckt sind briten ein großes vogelbad aus einer marmor imitation es ist mit wasser gefüllt aber ich sehe keine vögel weit und breit ich sehe hier generell nichts weit und breit eine nasse unbequeme und etwas schäbig aussehende holzbank an der langsam die farbe abblättert ja was soll ich sagen also gehen wir mal rein wenn wir jetzt nichts übersehen haben haben wir diesmal haben wir alles gefunden ja noch so netter hotel portier ein neuer gast herzlich willkommen im gordons palace mein name ist mary hallo ich bin auf der suche nach einer jungen frau die hier abgestiegen ist vielleicht haben sie sie gesehen ja vielleicht habe ich das vielleicht aber auch nicht wissen sie das ist ein verschwiegenes hotel ich kann nicht über meine gäste also ist sie gast hier wie ich schon sagte ein verschwiegenes hotel ach dein maul auf geradezu ausgestorben möchte man sagen zurzeit ist nun mal gerade keine saison es wird auch mal wieder mehr los sein dies ist das beste hotel in willow creek und ein ort mit geschichte das einzige hotel einst das sanatorium des grausamen robert garten dem dr frankenstein von willow creek oh gott ja 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 er war der onkel von samuel garten dem wahnsinnigen mörder alle dachten er wäre ein seriöser arzt der sauberer ist doch in wahrheit hat er verbotene experimente an den insassen des sanatoriums durchgeführt und dann dachte jemand das wäre ein toller ort für ein hotel natürlich natürlich direkt nach den morden vor zwölf jahren kamen die touristen in scharen wollten sich alles ansehen doch wo sollten sie übernachten es gab kein hotel also habe ich dieses gebäude gekauft die insassen wurden natürlich direkt nach den vorkommnissen weggebracht einige sind auch abgehauen aber auf jeden fall hatte ich das haus gekauft ich habe es renovieren lassen und nun ist es das beste hotel am platz wie viele nächte wollen sie bleiben haben sie gesagt eigentlich wollte ich nur wissen ob sie diese junge dame gesehen haben ihr name ist angelina morgen nun mit fremden kann ich nicht über gäste reden wissen sie der ruf des hotels verstehe und wenn ich selber gast im hotel wäre dann könnten wir natürlich einen kleinen plausch darüber halten wer zurzeit noch ein zimmer hat also schön ein zimmer bitte für sagen wir erst mal für zwei nicht sehr gerne macht 90 pfund also auf jeden fall zwei schlüssel fehlen wenn das spiel originalgetreu sein sollte beziehungsweise der hintergrund dann was ist nun mit angelina ist sie hier die junge dame checkte vor einigen tagen hier ein zimmer 13 direkt neben ihrem sir allerdings habe ich sie seit gestern morgen nicht mehr gesehen zimmer 13 das ist hier den gang runter ja sie selber haben zimmer zwölf sie verstehen natürlich dass ich sie nicht in das zimmer der dame lassen kann sie wissen ja der ruf des hotels damit bin ich schon mal einen schritt weiter angelina war hier vielleicht finde ich hinweise was sie entdeckt hat und wem das nicht passt nach wem das nicht passte wissen wir inzwischen vielleicht können wir die hotel portier nicht gut dann ja schauen wir uns hier um eine flasche mit schnapps vielleicht könnte ich sie mitnehmen wenn mary gerade nicht hinsieht warum das denn warum willst du denn schnapps mitnehmen ein ständer mit geschmacklosen postkarten für touristen wie es scheint sie zeigen bilder aus dem dorf oder blutige messer hier ist eine mit einer schreienden frau scheint ja der brüller zu sein ach du scheiße billige plastik masken von samuel gordon messer attrappen mit blutiger klinge und das schlimmste ist einigen meiner mitmenschen traue ich zu solche dinge zu kaufen apropos wo er es gerade noch mal sagt samuel gordon ist ja die person die wir am anfang gesehen haben wenn ihr noch wisst in dem forschmann die frau die ihn gesucht hatte war ja nach seine frau und die hatte er umgebracht weil er irgendwie in trance war mary scheint gerade etwas gegessen zu haben ich schätze er ist der einzige angestellte in seinem hotel kann er seinen platz hinter dem tresen nicht einfach verlassen um essen zu gehen das messer ist noch unbenutzt ich pack sein vielleicht kann ich ja noch gut gebrauchen das messer interessant eine ganze reihe altmodischer schließfächer obwohl sie nur aus holz sind dürfen sie nur schwierig aufzubrechen sein ja kann ich mir vorstellen einer der schlüssel gehört zu angelinas zimmer nummer 13 ist es aber ich komme nicht an die schlüssel heran